Die Macht Roms basierte auf der Stärke seiner Legionen und die Stärke der Legionen auf der Qualität ihrer Bewaffnung. Was wir hier sehen, ist eine römische Sparta aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Exzellent erhalten! Und das ist hier das Besondere. Nicht nur als sehr gute Schmiedearbeit, sondern am Beginn des Blattes der Schneide befinden sich Einlegearbeiten in höchster künstlerischer Qualität. Zu sehen auf der einen Seite der Griesgott Mars mit Lanze. Das ist aber nicht das einzige Bild. Wenn wir das Schwert drehen, findet sich auf der anderen Seite ebenfalls sehr detailliert dargestellt. Zwei Lanzen, zwei Standarten und dazwischen in der Mitte ein römischer Legionsadler. Ein derartiges Schwert war sicherlich nicht die Bewaffnung eines einfachen Legionärs, sondern zweifellos die eines Centurio oder eines noch höher angesiedelten römischen Offiziers. In seiner exzellenten Erhaltung weist das Schwert darüber hinaus technische Details auf, die auf die Güte des Herstellers, des Schmiedes, hindeuten. Ein exzellentes und in dieser Darstellungsweise einmaliges Objekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017